Willkommen zu diesem Video. Es geht weiterhin um Syntax und wir haben jetzt ja auch schon im phrasenstrukturellen Ansatz die Analyse ganzer Sätze besprochen. Was ich jetzt zeigen möchte ist, wie man, wenn in der VP mehrere Phrasen sind, da auch noch die genaue Unterteilung besser hinbekommen kann. Es geht also um den Satz, wir haben gestern mit dem Porsche eine Panne gehabt. Als erstes analysieren wir jetzt den Teil, den wir schon besprochen haben, also bewegte Konstituenten und Verbalkomplex, damit wir erstmal wissen, wo die VP beginnt und aufhört. Sie können das gerne jetzt durchexerzieren und dafür das Video anhalten. Falls Sie es sich überlegt haben, sollte folgendes rausgekommen sein. Wir haben hier einen Satz, der ist dreigliedrig von seiner Struktur. Hier vorne haben wir eine bewegte NP, hier haben wir ein bewegtes Verb. Hier ist die Spur der bewegten NP, T2. Die habe ich jetzt mal grün gemacht, damit man das besser sieht. Hier hinten ist die Spur des bewegten Verbs. Diese Spur bildet zusammen mit gehabt, die Spur steht ja für haben, also gehabt haben, ein Verbkomplex, der steht an Kopfposition der VP und was wir wissen, ist, dass von dieser Spur bis eine Panne alles auch noch hier in diese VP gehört. Anders geht das nicht. Schauen Sie sich die Phrasenschemata an, die erlauben ja nur ganz bestimmte Strukturen und die Satzstruktur ist immer so dreigliedrig, bis zur dritten Auflage, zumindest von Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. Die Frage jetzt in diesem Video ist einfach nur, was sind das hier für Konstituenten? Und dazu machen wir wie immer als allererstes folgendes, wir bestimmen die Wortklassen und da können wir natürlich auch noch extra Videos zu machen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie Wortklassenbestimmung schon gemacht haben. Wir sehen jetzt, wir haben hier ein Adverb, eine Präposition, ein Artikel, Substantiv, Artikel, Substantiv. Die Frage ist, in welchen Gruppen gehören die zusammen? Die hängen ja nicht alle jetzt einfach so in der VP drin. Und dazu kennen Sie einen Test aus der Schule eigentlich noch. Sie versuchen von dem, was hier steht, jeweils Gruppen von Wörtern anstelle des Wirs hier nach vorne zu stellen. Natürlich rutscht das Wir dann nach hinten. Also, gestern haben wir mit dem Porsche eine Panne gehabt. Da haben Sie dann gestern an die Stelle hier gestellt. Gestern haben wir mit dem Porsche eine Panne gehabt. Und das sagt Ihnen, dass gestern eine Phrase ist. Dieser Test funktioniert nicht immer zuverlässig. Es gibt mit diesem Test Probleme. Aber wenn Sie in erster Näherung keine bessere Strategie haben, wird Ihnen die in 90 Prozent aller Fälle korrekt weiterhelfen. Was wir jetzt wissen ist, dass das hier eine Adverb-Phrase ist. Das ist ein Adverb. Das ist auf jeden Fall eine Phrase. Wir können es ja nach vorne stellen. Und damit wissen wir, es muss eine Adverb-Phrase sein. Es ist ja nur ein Wort vorhanden. Das muss also der Kopf sein. Und da das ein Adverb ist, muss die Phrase eine Adverb-Phrase sein. Was Sie jetzt außerdem wissen können aus der Besprechung der Phrasen, ist, dass Artikel niemals eigene Phrasen bilden. In dem Ansatz in EGBD gibt es Funktionswörter und lexikalische Wörter. Und nur lexikalische Wörter sind kopffähig. Das heißt, nur die können Phrasen bilden. Und Artikel gehören nicht dazu. Das sehen Sie daran, dass es keine Artikel-Phrase gibt in dem Buch. Das heißt, auch automatisch Sie wissen, das kann kein Kopf sein. Das heißt, es muss in einer Phrase drin sein. Beide dieser Artikel müssen in Phrasen drin sein, die einen anderen Kopf haben. Und wenn Sie sich dann anschauen, wo Artikel vorkommen, dann sehen Sie nur in Nominalfrasen. Und da bilden Sie mit dem Kopf, der immer danach kommt, da kann noch was dazwischen stehen. Okay, bilden Sie mit dem Kopf, der danach kommt, eine Nominalfrasen. Das heißt, auch schon für dem Porsche und eine Panne können Sie jetzt entscheiden, auch theoretisch, ohne das ins Vorfeld gestellt zu haben, dass das Nominalfrasen sind. Sie können natürlich auch den Test machen. Eine Panne haben wir gestern mit dem Porsche gehabt. Funktioniert? Eine Panne scheint eine Phrase zu sein. Dem Porsche haben wir gestern mit eine Panne gehabt. Das geht nicht. Und da sehen Sie gleich eine Grenze von diesem Test. Der kann Ihnen nämlich nicht beliebig kleine Phrasen hier erkennen, sondern nur welche, die direkt in der VP drin hängen. In der Schule nennen Sie die Satzglieder. Wenn Sie sich aber überlegen, dem Porsche kann ich nicht hier vorne hinstellen. Mit dem Porsche haben wir gestern eine Panne gehabt. Das geht. Und mit ist ja nun auch das einzige Wort, was hier noch übrig ist. Das heißt, mit dem Porsche muss eine Phrase sein. Und jetzt gilt wieder, schauen Sie sich an, was Präpositionen in der Syntax überhaupt können. Eine Präposition taucht nur in einem einzigen Phrasenschema auf, nämlich in der Präpositionalphrase. Und da steht immer nach der Präpositionalphrase eine NP und die Präposition regiert diese Nominalfrase. Sie bestimmt auch den Kasus mit dem Porsche Dativ. Das liegt an dem mit. Und damit wissen Sie, das kann nur noch eine Präpositionalphrase sein. So können Sie also durch den Vorfeldtest, dass Sie was versuchen ins Vorfeld zu stellen von diesem Material, durch die Überlegung, was sind hier Funktionswörter. Die müssen auf jeden Fall mit anderen Wörtern zusammen eine Phrase bilden. Die bilden nicht alleine irgendwas. Die gehören immer zu einem Kopf dazu. Und über die Frage, regieren hier bestimmte Elemente, zum Beispiel bestimmte Kasus oder verlangen die einfach auch nur per Valenz eine bestimmte Kategorie. Also die Präposition verlangt immer eine NP. Das heißt, wenn Sie eine Präposition sehen, wissen Sie automatisch, danach muss irgendwie eine NP kommen. Und damit können Sie das eigentlich hier wunderbar aufteilen. Und damit sind Sie eigentlich auch schon fertig. Sie haben jetzt hier alles zu Phrasen zusammengebaut und können die jetzt eingliedern einfach in diese VP direkt. Und dabei sollten Sie die Spur hier nicht vergessen. Damit ergibt sich also folgendes. Wir haben hier in der VP erst die Spur. Die steht ja für diese NP eigentlich. Und die würde ja sonst hier auch reingehören. Wir haben die Adverbphrase gestern. Die hängt auch hier drin. Das ist halt grafisch ein bisschen ungünstig. Wir haben die Präpositionphrase mit dem Porsche und wir haben eine Panne als Nominalfrase. Die hängen hier in dieser Analyse alle hier drin. Es gibt andere Analysen. Da wird das nochmal geschichtet. Da ist die NP also in sich nochmal hierarchisch aufgebaut. In EGBD-Auflage 3 haben wir eine sogenannte flache VP. Das heißt, Sie müssen sich nur überlegen, was hier wie zusammengehört. Und wenn Sie das rausgefunden haben, hängen Sie das einfach alles in die VP. Ich will Ihnen zum Abschluss noch eine kleine Warnung mit auf den Weg geben. Dieser Test mit dem Stellen ins Vorfeld und dann wissen wir, das ist eine Phrase. Der ist nicht hundert Prozent zuverlässig und der kann Sie auch ganz schön aufs Glatteis führen. Außerdem gibt es Partikeln, die hier drin hängen, die dann auch keine Phrase sind, wie zum Beispiel die Negation. Was Sie aber immer machen können, und das werde ich nochmal gesondert thematisieren, ist schauen, ob für die Strukturen, die Sie hier überhaupt annehmen, also diese Adverbsphrase, diese Präpositionalphrase, diese Nominalfrase, ob Sie dafür überhaupt ein Phrasenschema haben, was die lizenziert. Die Funktion der Phrasenschema da ist ja Ihnen zu sagen, welche Strukturen wir überhaupt annehmen. Die schränken also Ihre möglichen Analysen erheblich ein. Die schränken zum Beispiel Ihre Analysen so ein, dass Sie wissen können, wenn Sie in die Phrasenschema da schauen, mit dem Porsche eine Panne kann niemals eine Phrase sein. Da brauchen Sie überhaupt nicht drüber nachzudenken. Deswegen können Sie halt hier durch diesen Baum immer durchgehen und schauen, okay, gibt es hier überhaupt einen Bauplan, gibt es hier für einen, hier für, hier für und für eigentlich jeden Knoten in diesem Baum. Und damit können Sie dann eigentlich auch sicher sein, dass Sie ganz viele Fehler nicht machen, die Sie machen, wenn Sie sich jetzt nur auf irgendwelche Verschiebetests und sowas verlassen. Und das war es dann auch schon wieder für dieses Video. Vielen Dank. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.